Die Aim-Bot Lock-On-Pistil ist zurück in Fortnite. Könnt ihr mit der Lock-On-Pistil Gegner treffen, während sie in der Luft sind? Ja, kann man. Kann die Lock-On-Pistil Gegner durch Büsche sehen? Ja, kann man. Man kann wie ein Hacker alles sehen. Kann sie um Ecken schießen? No, kann man nicht. Kann man nicht. Nee, geht nicht. Ist es möglich, mit ihr Gegner durch Autos zu treffen? Versuchen wir es. Und... Nope, es geht nicht. Leuchtet sie genauso wie die Sniper, wenn man damit auf Gegner zielt? Oh ja, hä, es leuchtet, was? Und jetzt, lasst ein Like und ein Abo da.